Verdammt, die riechen das, oder? Achso, wir hätten auch Munition reintun können. Naja, mal gucken. War wieder klar, dass der letzte Schuss dann wieder nicht reicht, ne? So, ich packe das Ding schon mal ein. Aber die sind auch nicht mehr da, oder? Ne, war klar. Irgendwo werden die gleich ankommen und irgendwelche Sachen zu legen. Können wir mal gucken gehen. Ja, war irgendwie klar, dass es wieder im letzten Schuss scheitert. Aber das Ding hier, dieser Fernzünder, der sagt dir ja auch nicht Bescheid dann. Ja, der macht ja einfach weiter. Ne. Na gut, da sind ein paar jetzt angekommen. Wo ist denn der große Rest? Hm. Ah, hier sind sie. Alter, das ist eine... Die werden hier einiges zerlegen, ey. Hoffentlich auch diesen Stein hier. Aber wenn wir die vorher triggern, dann sollten die ja nicht mehr auf unsere Geschütztürme gehen, sondern sind ja auf uns fixiert. Und wenn wir jetzt sagen, jo, wir fahren da durch, werden die vielleicht aus dem Leben geschossen. Oder wir. Ich weiß es noch nicht so genau. Mal gucken. Testen. Ne. Die gehen sofort auf die Gebäude. Krass. Oder auch... Oh, wo kommen die jetzt her? Interessant. Wir fahren mal ein bisschen zurück. Hier sind mehr Türme. Ups. Erstmal durchbrechen. Jo, Einstein. Vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen und genieß den Stream. Hey, unser Auto ist kaputt gegangen. Oder? Hä? Ach, an dem Baum jetzt? Ja, schön. Finde ich ja super. Ich hasse diese Autos. Gut, gut. Ich verstehe halt nicht, was das Problem von diesen Typen ist. Keine Ahnung. Wir lassen das einfach so stehen. Die werden den Rest erstmal bauen, weil es macht gerade überhaupt keinen Sinn, weiter da unten irgendwas hinzustellen. Ah, keine Ahnung. Irgendwie sind die Bots gerade am schlafen oder so, weil da passiert halt überhaupt nichts. Weder Reparatur noch irgendwas anderes. Keine Ahnung. Wir können doch mal ein paar nachschieben, aber ich bin nicht der Meinung, dass es daran liegt, weil normalerweise war ich da erst genug reingeschmissen von den Dingern. Naja, immerhin haben wir 1100 Module. Schön. Jetzt haben wir ohne Scheiße. Das ist eine Scheißidee gewesen. Mach das nicht. Wir bräuchten so ein paar Radaranlagen hier in dem Bereich. Oh, da nicht, aber da vielleicht. Und da noch ein bisschen. Oder bauen die nichts, weil sie nichts sehen können auf dem Radar. Ja, aber normalerweise, wenn es platziert ist, sollte es doch kein Problem sein. Genau, die restlichen 10 behalten wir. Wir können auch. Ah ne, die sind niemals so schlau. Wenn ich jetzt anfange, hier die hintere Reihe abzureißen, was die Türme angeht, damit sie die hier vorne hinsetzen, dann fliegen die erstmal hier wieder hin. Es sei denn, wir pflanzen dann vorne eine Lagerkiste hin. Wo ist mein Auto? Da. Gut, dass wir immer so viele davon haben. Geht jetzt halt im Schwerpunkt nur darum, dass die Türme halt verschoben werden. Ja, und dann werden wir mal demnächst neue Schmelzen bauen. Aber wie gesagt, das ist so eine Sache, da werden wir uns morgen im Schwerpunkt um kümmern. Aber wir brauchen jetzt erstmal dieses räudige Uran, weil wir ansonsten bald ein Problem haben. Ach so, übrigens, ich hab mich mal daran versucht, Lane-Balancer zu bauen. Der erste hier ist hässlich geworden, aber der hier geht eigentlich. Also keinen richtigen kompletten Belt-Balancer, sondern einer, der hier alle Halbleanes quasi balancet. Das geht besser, aber das ist die übersichtliche Variante, weil du dir im Prinzip jede Lane einmal vornimmst und einmal komplett drauf schmeißt. Ja, geht anders oder geht auch besser, klar, aber ich finde, die Sache funktioniert auf jeden Fall. Das machen wir demnächst nochmal für den Achter. Kiste haben wir noch, ne? Jo. Jo. Dafür brauche ich kein Zentrallager. Hat alle seine Vor- und Nachteile. So. Ich werde einfach mal eine Lagerkiste hier hinstellen. Ja, war wieder eine super Entscheidung, die genau da hinzustellen. Was ist eigentlich los hier mit den Typen? Und ich wundere mich, dass hier nichts funktioniert. Warte mal, mach das mal aus. Mach das mal an. Das macht doch gar keinen Sinn. Ach, egal. Die haben eine Verbindung. Passt. So, die Mauer war hier im Weg, deswegen ist da kein Robo-Port mehr, ne? Naja, ist egal. Passt schon. So. Wir werden jetzt hier die Türme hier abreißen. Diese Reihe hier. Und diese hier. Und nein, die möchten diese Kiste nicht haben. Weil sie sich sicher sind, dass oben eine Kiste steht, die ein Logistikfilter hat. Ich hab's schon fast befürchtet. Diese Bots, ey, das ist unglaublich. Ja, die fliegen jetzt mit dem Türm einmal hier hoch. Ähm, warte mal. Bis zum Lager. Also bis zu dieser Kiste hier. Dann nehmen sie das wieder raus und fliegen wieder runter. Super. Das ist echt eine geile Nummer, ey. Wenn wir hier schon mal einen reinstellen, so als Anfütterung, testen wir das nochmal. Halt dein Maul, ist egal. Dann eben nicht. Können wir hier noch mehr abreißen? Japp, können wir. Ich hab's nicht. Jetzt fliegen sie immerhin zu der Kiste, aber jetzt können sie auf einmal wie durch Geisterhand diese Türme gleich wieder mitnehmen und dann zu neuen Positionen fliegen. Also so manche Sachen sind doch nicht so geil irgendwie mit den Bots. Naja, ist egal. die laufen hier wahrscheinlich am Limit, was ihre Leistungsfähigkeit angeht. Ich hab keine Ahnung. Ja, je mehr hier unten steht, desto mehr können wir oben abreißen und so können wir den Kram nach unten halt irgendwann durchziehen. Blödes Hot Sim, dass wir immer noch zu dieser komischen Kiste müssen. Ja, Speedrun ist gar nichts für mich. Also, keine Ahnung. Also jetzt nicht nur in Bezug auf Factorio oder sonst irgendwas, sondern generell auf die Spiele. Ja, ich zocke das ja normalerweise, weil ich ja mir die Zeit dafür nehmen möchte und naja, Speedrun ist ungefähr genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich vorhabe. Aber ich finde auch generell klar, ich meine, auf der einen Seite ist es halt irgendwie doch bemerkenswert, wie sehr sich die Leute darauf vorbereiten. Das ist bei manchen echt heftig, aber ich finde nicht mal den Content dazu interessant. Wo ist es? Hm, ganz schön dunkel da unten. Also wie gesagt, Speedrun Content ist jetzt nicht nur in Bezug auf Factorio, sondern allgemein überhaupt nicht mein Ding. Also gar nicht. Na gut, haben sie ja geschafft. Die setzen wir dann nicht wieder hin. Die sind nicht zugewiesen. Das darf doch nicht wahr sein. Irgendwie haben wir hier ein logistisches Problem, glaube ich. Ja, an sich ist es auch kein Spiel mehr, sondern eine Competition in dem Fall. Und das ist mir einfach, wie gesagt, einfach zu stressig. Nicht mein Ding. Guck mal, teilweise, teilweise könnt ihr sogar direkt von dem abgebauten Geschützturm hier runterfliegen. Es entzieht sich irgendwie jeglicher Logik, aber das ist okay. Vielleicht sind die Bots ja weiblich. Uh, das habe ich nicht gesagt. Ja gut, aber so kommen wir immerhin einigermaßen voran hier. Was genau fehlten hier noch? Ja, das sind nur die Lasertürme, die fehlen. Der Rest passt alles. Wir müssten aber eben unten nochmal ein bisschen weiterbauen. also hier so und da so. Ach, die sind auch schon wieder am Start, die Kollegen. Andere Frage, mal so nebenbei. Es sind gerade ganze zwei Logistik-Bots unterwegs und immerhin 100 Bauroboter. Okay, das ist interessant. Warum nur zwei Logistiker? Ich weiß es nicht. Genau, dann haben wir da nebenbei noch ein bisschen was zu tun und wir brauchen mal dann den anderen wieder. Den hier, genau. Ja, und dann geht's weiter. Also in gewisser Weise, ich glaube, wenn man den Dreh raus hat, geht das sogar. Also man schiebt halt den ganzen Kram einfach so ein bisschen vor sich her. Ob das hier Sinn macht, ist eine ganz andere Sache, aber ich glaube nicht. Wir hätten das auch ganz anders lösen können, weil ich habe das eigentlich nur erst so gemacht, weil ich mir dachte, oh, da unten sind fette Basen, dann kriegen wir ordentlich aufs Maul, aber geht. Geht halt tatsächlich. Und hier Boomer lässt noch ein Follow da. Vielen Dank für den Support und herzlich Willkommen. Genießt den Stream. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich meine, das Coole an der Methode ist halt einfach, man hat schon City Blocks da, in der Minimal- Ausstattung, nur mit Stromleitung, ohne diesen hier Fernsehbeton-Stuff und so weiter. Das heißt, das können wir schon so machen. Ich meine, gebaut werden müssen die sowieso nachher. Ja, und wie gesagt, hier mit den Falschen erwischt, da können wir gleich auch das Licht wieder rausnehmen, braucht kein Mensch. So, warte mal, Radar. Das können wir da nochmal mit hinstellen. Im Grunde auch hier nochmal. Das machen wir gleich. Und generell können wir auch hier nochmal die ganze Kante eben irgendwie voll machen. Ja, hier links ist nicht so wichtig. Aber wir haben auf jeden Fall gleich schon mal den Part bis hier unten eingenommen. Uhaha. So. Ja, moin. Weißt du ja, anstatt mich zu reparieren, fliegen die Viecher los und bauen irgendwelche Türme in die Prärie oder was? Ähm. Irgendwas ist mit diesen Bots nicht korrekt. Schon die ganze Zeit nicht. Ich habe irgendwie ist hier der Wurm drin, der gerade. Kann das sein? Naja, egal. Ziehen wir durch. So, aber machen wir aus, sonst habe ich bald gar nichts mehr. So. Die können wir uns wieder einsparen. Und diese hier vielleicht auch. Ich weiß es nicht genau. Hier hinten, guck mal, den hier brauchen wir jetzt wirklich nicht. Hier wäre so ein Radar mal ganz geil. Naja, bis die Dinger hier sind, dauert das sowieso Ewigkeiten. Aber das ist okay. Pass auf, wir machen jetzt folgendes. Wir werden stumpf hier runter bauen und ich werde einfach versuchen, hier die Mauer reinzuziehen. Ich bin mal gespannt. also, warte mal, haben wir nicht noch das Dings dabei? Ach so, Moment mal. Wir sollten aber gleich wieder die Beine in die Hand nehmen. Ja. 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 Ach, verdammt, wir haben ja nichts mehr. Stimmt. Das andere Auto ist überhaupt gegangen. Okay. Hä? Ach, da sind sie ja. Ja, moin. Das ist ein Stein, wollte ich mal kurz anmerken. Diese fucking Steine, Alter, das ist einfach unglaublich scheiße. Also ich habe die nicht gesehen. Die haben einfach dieselbe Farbe wie der Untergrund. Ich fahre da nie wieder runter bei so einer Aktion. Das ist einfach bescheuert. Ich weiß, jedes Mal derselbe Abfuck mit diesen komischen Felsen. Hier sieht man sie, weil der Hintergrund grün ist. Oh. Da ist Suppe. Endziel? Nee, eigentlich nicht. Also, ja. Erstmal will ich dieses Uranvorkommen haben. Das wird noch ein paar Stunden dauern, bis wir hier unten angekommen sind, wenn ständig irgendwelche Scheiße im Weg liegt. Ja, aber generell so der erste Schritt ist erstmal, ja, ein Tausender SPM diesmal. Tausend ist an sich immer eine solide Grundlage. Und dann können wir ganz gut hochskalieren, denke ich mal. Mal gucken. Wir werden aber die Tausend nicht in diesem Basiskonstrukt hier machen. Hier werden vielleicht, ja, sagen wir 200, 250 SPM hinkommen. Als Grundversorgung erstmal. Und alles weitere bauen wir dann woanders hin. Oh, weiß ich noch nicht. Aber ich sag ja schon die ganze Zeit, ne, das hier ist nur die Basis, die uns die Basis baut. Oder generell Dinge zur Verfügung stellt, die wir brauchen. Und da gehört halt auch so eine kleine Grundversorgung an Forschungspaketen mit dazu. Ob das nachher im Endeffekt so stehen bleibt, das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ja, da steht noch viel zu viel von der Basis. Ja, quasi die Moll, ja. Naja, wir brauchen kein Auto, wir sind so schnell genug. Guck mal, jetzt fliegen sie wieder hoch zur Kiste. Und dann wieder runter. So, können wir da irgendwo helfen? Ne. Ah, diesmal ist es zugewiesen vom Reparaturauftrag, okay. Ich meine, wenn die Base nachher größer wird, dann müssen wir sowieso gucken, dass wir das Verteidigungslogistiksystem von dem von der Basis trennen. Weil ansonsten ist es viel zu groß. Äh, Map. Ja gut, das ist halt das Problem gerade. Es fliegen für meinen Geschmack viel zu wenig hin und her. Aber hier wird auch gerade nicht so viel gebaut, das ist schon okay. Da brauchen wir nicht, das reicht, wenn wir den hier machen. Und hier. Und dann nochmal richtig, genau. Ja, Moin, was geht ab? Das Geile ist halt, wir laufen inzwischen schneller. Wir dürfen nicht dabei schießen. Beim Schießen laufen wir langsamer. Ist denn eine Basis entstanden? Wollt ihr mich komplett verarschen? Oh Gott, warte mal eben. Ne, also da können schon ein paar tausend Roboter rumeiern. Davon geht der Rechner nicht in die Knie. Sollte er zumindest nicht. Ja, rechts ist auch wieder eine, oder? Ach nee, das sind noch irgendwelche Reste. Warte mal. Ich muss mal kurz die Karte ein bisschen aufräumen, weil bis die Radare da mal längs gescannt haben, dauert das Ewigkeiten. Können wir hier irgendwas mit unserem Laser machen? Vielleicht. Nicht so? Ne, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel noch. Oder? Warte mal, wenn wir jetzt hier unten längs rennen, da ist gerade keine Sau. Einfach mal die Spawner so ein bisschen. Ja, siehste, geht doch. Aua. Die Suppe ist halt gefährlich, ja? Die, die, die slowt. Wenn man da so ein paar Suppen gefangen hat, dann ist scheiße. Also dieser interne Laser ist ganz schön krass irgendwie, oder? Kann das sein? Aha. Das ist schon heftig, irgendwie. Also ich will jetzt auch nicht zu viel riskieren, aber diese kleine Base kriegen wir auch noch weg. Ja, die grünen, die sind, äh, hart. Ach, überlege ich nochmal. Ich hätte jetzt die Nuklearraketen mit dabei. Okay. Das lohnt sich bei den kleinen Alien-Basen hier noch gar nicht. Aua. Aber okay. Ja genau, wenn sie einen irgendwann komplett eingekesselt haben, dann wird das mit dem Nuklearsprengkopf auf jeden Fall interessant. Aber ich finde, die Laser, die sind halt schon krass, ne? Ich meine, wir haben jetzt auch ein paar mehr eingepackt, ja? Aber die Batterie ist auf jeden Fall noch voll, das ist gut. Ah, bei dem grünen helfe ich immer so ein bisschen nach hier. Genau. Wo hat der denn hingeschossen? Richtiger Noob. Aua. Vor allem, diese Säure geht auch gut durchs Schild durch, ne? Ja, also, ich denke mal, unsere Bauroboter-Anzahl, die wird sich nachher irgendwo bei 10.000 oder so einpendeln. Dann kommen da noch ein paar Logistiker oben drauf. Und dann ist es gut. Ich will keine großen Warentransporte herstellen, nur mit den Robotern oder ähnlichem. So ein paar Kleinigkeiten machen wir, wie die Munitionsanforderungen zum Beispiel für die Artillerie und für die Verteidigungssysteme. Das läuft über die Logistik-Bots. Aber alles weitere. Entweder Züge oder Belts. Weil ich bin der Meinung, dass die Bots nicht unbedingt dafür gemacht sind, den Kram zu transportieren. Man kann damit ein paar coole Sachen machen, wie zum Beispiel eine Erzförderer-System, was quasi auf Bots basiert. Aber wenn ich so weit bin, dann kann ich auch gleich einen Zug direkt ins Erzvorkommen stellen. Also, daher. Easy. Also, ich habe mit den Megabases auch noch nicht so viel Erfahrung, aber ich bin meistens so ein Typ, dass ich zumindest es schaffe, mir einen Plan zu machen. Ob das dann funktioniert nachher, ist ein ganz anderes Thema. Und warum kommt hier unten nichts an? Okay, pass auf. Die nächste Reihe ist fällig. Die kann verschoben werden nach unten. Beziehungsweise, hier geht es weiter. Pollution ist an sich nur indirekt ein Thema bei der Performance, weil je mehr Pollution da ist, desto mehr Beißer loxte an. Und je mehr Nester berechnet werden müssen, desto höher die Performance einbußen. Deswegen ist Pollution eher so ein... Auslöser vielleicht. Kein richtiger Faktor, der mit rein spielt, sondern es hängt dann nachher eher mit der Menge der Basen zusammen, glaube ich. Ne, geht auch mit Flupdiwup. Also, ich fand den letzten Spielstand, den wir gemacht haben, den fand ich ganz gut, halt so ohne Aliens und Co. um reinzukommen. Aber irgendwie gehört das doch dazu. Also, ich habe meistens zumindest Spaß an der Geschichte. Nur manchmal, wenn die Bots wieder so rumspacken oder so, nervt das schon. Und später wird das ja super entspannt, wenn wir nachher die Artillerie-Reichweite erforschen, die uns sowieso alles vom Hals hält, was wir so haben. Daher geht das, glaube ich. So, hier haben wir schon das erste Problem, in Anführungszeichen. Weil hier ist so ein hässlicher Übergang. Mit Wasser. Yeah. Das ist richtig freudig. Wir haben ja in gewisser Weise fast ein Logistiksystem hier, ne? Ich habe auch gerade gar nichts mehr dabei, um irgendwas zu bauen. Okay, warte mal. Die werden zwar ordentlich fliegen müssen, die Kollegen, aber ich bin gerade echt zu faul. da hochzulaufen. Wir dürfen jetzt nur noch den Bereich hier verlassen. Das wäre doof. So. Was wir aber machen können, wir können weiter den Kram voranschieben. Oh. Geh praktisch. Haha. Genau. Das hier kann weg hier oben. Ja. Lassen wir es mal noch da. Kann aber eigentlich auch weg. Generell. Ah, siehst du. Guck mal. Wir haben den ganzen Bereich hier. Ach so. Ja, okay. Wir haben den ganzen Bereich an sich hier abgedeckt mit dem Quatsch hier. Das heißt, wir können auch die ganzen Lasertürme hier einsacken. Und dann passt das, glaube ich. Hier wird es noch mal witzig, glaube ich. Okay. Können wir zufällige Weise noch so ein paar Radaranlagen irgendwo hinstellen. Ich glaube, hier brauchen wir nicht mehr. Nee. Aber hier wäre ganz cool. Und vielleicht hier. Also, wie gesagt, ich sage das nochmal an der Stelle. Also, ich habe mit der Performance von dem Spiel, egal was ich gebaut habe, bisher noch nie Probleme gehabt. Da redet man von Größenordnung, wo, ich sage mal, 90 Prozent der Spieler gar nicht erst hinkommt. Mich eingeschlossen. Ja. Also, bis man an dem Punkt ist, wo man wirklich mit der Performance am Kämpfen ist. Ja, das dauert. Also, da würde ich mir erst mal gar keine Gedanken zu machen. Höh. Genau. Wenn wir schon mal an der Ecke hier sind, hätte ich gesagt, wir stellen auch hier nochmal schnell ein Radar mit dazu. Ich bin aus dem Logistikbereich rausgelaufen. Das wäre sehr schlau. Weißt du was? Ich hole mir das Zeug einfach selber. Bis die Typen hier sind, dauert das sowieso. Ach so, was mir vorhin noch in den Sinn gekommen ist, wo nebenbei einfach mal so als Spielkram Ich würde vielleicht auch mal diese Kohleverflüssigung mal ausprobieren wollen. Noch nicht, aber zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht. Weil, um ganz ehrlich zu sein, ich habe das seit Ewigkeiten nicht gemacht. Einfach mal so. Just for fun. Das wäre zumindest die Idee. Der Vorteil an der Geschichte ist einfach der, dass du mit der Platzwahl ja, flexibel bist. und an sich nur Wasser brauchst noch und ein bisschen Schweröl halt im Allgemeinen.